Tritratrolala und fertig ist er der Sonnenschirm. Schon ist der superschöne Tag. Ein bisschen kühler als vorher. Kriegt keiner mit. Wir kriegen ja erzählt, wir kriegen ein Atlas vorgestellt, wo die ganzen neuen Wolken erklärt werden. Kunde ins Streifen sind jetzt viel länger als früher. Eierweier weg. Ja, ich fürchte wegen Bescheuertheit. Spielausschluss für die Menschheit. Das kann man also wirklich nur schwer mit ansehen. Ich zähl mich ja irgendwie dazu. Ach, schade. Eigentlich müsste man sich ja schämen, Mensch zu sein. Wenn man das nicht begreift und nichts dagegen tut und seinen Lebensraum nicht schützt. Da muss man sich echt schämen. Oh, gut. Das ist ja wieder nur meine persönliche Sicht der Dinge. Unmaßgeblich. Tschö, tschö.